Eine Geschichte über das Zusammenhalten Ein alter Mann hatte sieben Söhne. Kurz vor seinem Tod wollte er ihnen einen Rat mit auf den Weg geben. Er schickte seinen ältesten Sohn in den Wald, um sieben Stöcke zu holen. Dann sagte der Vater, jetzt bindet die Stöcke zusammen. Die Söhne taten, wie ihnen geheißen. Daraufhin wies der Vater seine Söhne an, die Stöcke zu brechen. Doch keinem der sieben wollte dies gelingen. Nun befahl der Vater seinen Söhnen, die Schnur zu lösen und gab jedem der Söhne einen Stock in die Hand. Sie sollten die Stöcke nun brechen. Der jüngste Sohn brach seinen Stock als erstes und die anderen folgten seinem Beispiel. Seht ihr, auch der Stärker von euch konnte seinen Stock brachen. Doch konnte nicht einmal der Älteste und Stärkste von euch die sieben Stöcke brachen. Mein Rat mit euch ist, wenn er alleine bleibt, kann euch jeder brechen. Wenn er zusammenhaltet, kann euch niemand brechen. Ich bin sehr dankbar, dass die Stöcke ben goldenen sind. Ich bin sehr dankbar, dass ihr alle beunden und die Stöcke besucht wurde. Und ihr seid von euch, wenn er alle beunden ist, können euch nicht Neighbors beident. Zusammen sind wir stark!